Also wirklich, jetzt hat er gerade angefangen, Bundeskanzler zu sein. Da hängen ihm die alten Skandale immer noch an der Backe. Dass er bei Wirecard versagt hat, wo zwei Milliarden verschwunden sind. Dass er mit der Warburg-Bank gemauschelt hat, wo 47 Millionen Steuern aus Cum-Ex-Geschäften verjährt waren. Aber er erinnert sich ja da an gar nichts. Er hätte als Finanzminister versagt. Vielleicht weiß er gar nicht mehr, dass er Finanzminister war. Seine Corona-Ampel-Politik würde nicht ausreichen. Da sagt er, was denn für eine Ampel? Er will ja jetzt Stellung nehmen in dieser Sendung. Aber er hat auch gesagt, Stellung nehmen, was war das nochmal? Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Obwohl ja viele Politiker Stellung nehmen, ohne Stellung zu nehmen, vor allem in der Matthias-Richtling-Show. Willkommen dazu, liebe Zuschauer. Denn Stellung nehmen heißt ja in diesen Corona-Zeiten vor allem kopieren und konfigurieren. Insbesondere was unsere heutigen Gäste angeht. Zum Beispiel Karl Lauterbach, der ja in letzter Zeit seine Ausfälle zu Corona stark reduziert hat, in der Hoffnung auf den Gesundheitsminister. Zum Beispiel Winfried Kretschmann und Thomas Strobel, die sich für eigenen Erfolg anpassen an sinnlose Werbeslogans. Olaf Scholz kopiert sich selbst mit dem Verweigern seiner Aussagen. Und Baerbock saugt weiter alles auf, was sie von anderen adaptieren kann. Und Friedrich Merz, den fragen wir selbst. Herr Merz, guten Abend, Herr Kandidat. Ah, schönen guten Abend. Bitte, das sehen wir noch. Ja, schön, Herr Merz. Kopieren Sie sich selbst oder hoffen Sie, dass die CDU sich Ihnen anpasst? Denn Sie wollen ja zum dritten Mal Chef der CDU werden. Weil die CDU es bisher nicht kapiert hat. So wie auch viele ja immer noch nicht kapieren, dass sie sich impfen lassen sollen. Das hat vielleicht zu tun mit einem tierischen Verhalten. Wenn bei einer Gattung Überbevölkerung droht, dann kriegen die weniger Nachwuchs und fressen ihn auf. Einfach um ihr Gleichgewicht in der Natur zu bewahren und dann schließendlich als Art zu überleben. Wir haben 7,8 Milliarden Menschen. Das ist zu viel, um das Gleichgewicht im Klima zu halten. Also wollen sich die Ungeimpften Opfern für eine Reduzierung der Menschheit, um das Klima zu retten und als Art dann zu überleben schließendlich. Das ist, das muss man ganz klar sagen, heroisch. Das ist altruistisch und das ist auch Basisinstinkti. Was hat das zu tun mit Ihrem dritten Anlauf, CDU-Chef zu werden? Nun, die CDU denkt, dass sie als Volkspartei einfach noch viel zu groß ist und alles überschwemmt mit ihren Ansichten. Sie will sich klein machen, sie will sich reduzieren, sie will sich nicht impfen lassen mit mir. Ich muss mich ihr als Impfstoff aufdrücken, quasi auch mit einer Märzpflicht. Ja, aber man sagt ja, dass sie für viele aktuelle Fragen nicht geeignet sind, zum Beispiel Klimafragen, sagt man. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir die CDU stabilisieren als Alternative zur Ampel und die Ampel will ja bekanntlich das Klima retten. Wo wäre der Witz, die Alternative zur Ampel, wenn die CDU das Klima auch retten wollte? Ja, da haben ja andere auch ihre Probleme damit. Meine sehr verehrten Wähler und Wähler, liebe Zuschauer. Im Bewusstsein der Verantwortung für Deutschland und von Deutschland bin ich sehr glücklich und überzufrieden und ausgesprochen dankbar, Sülz. Wer hat mir das denn hier reingeschrieben? Dass ich Ihnen das Regierungspaket für die Ampel habe vorstellen dürfen. Es ist zukunftsorientiert und gerade auch die Grünen in Form von Annalena Baerbock. Ja, aber die Grünen sind ja nicht derselben Ansicht, weil ich bin auch hier als Vertreterin der ganz jungen Generation. Und die ist verzweifelt, dass im Koalitionsvertrag einfach nicht genug getan ist, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen vom Pariser Abkommen und Milliarden durch den Klimawandel sterben werden. Also ich denke, dass Sie das ziemlich übertreiben, weil Milliarden werden es nicht sein, weil Corona vorher viel schneller wirkt. Aber es geht doch darum, für unsere Kinder ein sicheres Leben in Sicherheit zu sichern. In der Geschichte der Menschheit war ein sicheres Leben für keine Kinder jemals garantiert. Im Mittelalter waren es Hungersnöte, Pest und der hundertjährige Krieg. In der Neuzert waren es Weltkriege. Wann waren Kinder denn jemals sicher? Ich finde, dass ihre Forderung, dass ausgerechnet unsere Kinder sicher sein sollen, ziemlich anmaßend und reichlich verwöhnt. Denn Unsicherheit zwingt im Gegenteil Kinder dazu, zu kämpfen für ihre eigene Existenz und sich nicht zurückzulehnen, weil die Vorfahren alles gesichert haben. Das macht träge und im Gegenteil, das macht eben nicht überlebensfähig. Nein, das ist super scheinheilig einfach. Das kann sein. Aber anders funktioniert Politik eben nicht. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Volkswirtschaft wahnsinnig viel Kohlendioxid-Emissionen ausstößt, weil sie Kleidung und Produkte produziert für kurze Zeit und die dann weggeschmissen werden. Das macht Wüsten und Hunger. Für jedes zurückgegebene weggeschmissen T-Shirt verhungert ein Mensch. Ja, aber wenn diese Dinge nicht für kurze Zeiten produziert werden und nicht weggeschmissen werden, dann kostet das Arbeitsplätze und das kostet Einkommen und da verhungern dadurch viele Menschen. Ich denke, der einzige Luxus, den wir heute haben, ist, dass wir uns noch aussuchen können, wie wir verhungern. Hm, da müssen wir halt jetzt zusehen, wie wir nicht handeln. Wir sehen das Klimagerät außer Rand und Band. Da ist es logisch, dass man das Klima in der Bevölkerung wegen Corona auch nicht in den Griff bekommt. Und dieser Klimawandel ist also wirklich menschengemacht. Vor allem durch die Panikmache eines Jens Spahn zum Beispiel und seinem Satz Am Ende des Winters wird jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein. Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Lauterbach, herzlichen Glückwunsch. Was sagen Sie denn zu Jens Spahn und seiner Äußerung, Herr Lauterbach? Herr Lauterbach? Herr Lauterbach, was sagen Sie denn? Ja, da hat er recht, weil in circa 100 Jahren wird das für alle Deutschen so gelten. Er hat gesagt, am Ende dieses Winters. Das war voreilig, aber das muss man verstehen. Er wollte etwas übertünchen, weil er vorher große Irritationen ausgelöst hat, mit widersprechenden Entscheidungen, dass er auf der einen Seite mehr Menschen geimpft haben sollte, auf der anderen Seite wollte er ja den Impfstoff BioNTech reduzieren und das musste er übertünchen. Das zeigt aber auch, dass er einfach zeigt, dass alle Politiker ein großes Abbild sind von der gesamten Bevölkerung. Viele haben Angst vor Corona, wie viele in der Regierung. Manche sind die Maßnahmen kritisch, wie manche in der Regierung. Und ein paar leugnen reale Politik und werden Querdenker wie Jens Spahn, nur querteben in die andere Richtung. Was würden Sie dann Jens Spahn empfehlen? Ich glaube, Jens Spahn ist einfach wegen Überbelegung nicht ausreichend behandelt worden und müsste dringend verlegt werden in eine andere Klinik. Freuen Sie sich denn, dass Sie jetzt doch Gesundheitsminister geworden sind? Ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten in allen Fernsehsendern und Talkshows eine große gesundheitliche Oberhoheit verschafft. Und da bin ich als Gesundheitsminister einfach überqualifiziert. Das wäre das Gleiche, wenn man Frau Merkel heutzutage eine Stelle anböte als Reinigungskraft, da wäre sie überqualifiziert. Zu qualifiziert für den Gesundheitsminister, sagen Sie? Ja, weil ein Minister prinzipiell meistens keine Ahnung hat von dem Amt, das er ministriert. Hatte Frau AKK eine Ahnung von Verteidigung. Hatte Herr Alt meine Ahnung von Wirtschaft. Jens Spahn hat von Gesundheit nicht die geringste Ahnung. Naja, aber auch nicht von Psychologie und Historie des Volkes, die Politiker allgemein auslösen, wenn sie vor der Bundestagswahl Impfpflicht ablehnen und nach der Wahl fordern. Ja, aber das ist menschlich. Jetzt eine Impfpflicht abzulehnen, das bringt einfach keine Wählerstimmen mehr, also kann man es auch lassen. Ja, das ist mutwillige Täuschung. Nein, das ist mutwillige Politik. Na, da ist es ja gut, dass wir in Baden-Württemberg noch ein paar kleine Probleme haben, die uns von Corona ablenken. Ja, gut also. Ja, genau das wollte ich sagen. Meine sehr verehrten Wähler und Wähler, eine neue Regierung hat sich gebildet und muss eine Gesellschaft einen, die geteilt ist durch Schlagworte ohne Niveau, ohne Klarheit der Sprache und des Denkens und ohne die ganze Zusammenführung. Das ist ja ein Gelaber wieder. Moment mal! Also bitte, ja, Sie quatschen da daher von Klarheit der Sprache und des Denkens und vermüllen gleichzeitig unsere schöne Heimat mit einem Schlagwort, das an Peinlichkeit nicht zu überbieten ist. Ich? Sie schmeißen 21 Millionen zum Fenster raus, nur um uns hier zuzupflastern mit Plakaten, auf denen wir wie die Deppen bezeichnet werden als Selent. Ach, das ist ja jetzt das Größte. Das Ganze haben doch Sie sich ausge... Ach, reden Sie sich nicht raus! Sie wissen ja gar nicht, was Sie damit angerichtet haben. Wenn dieses Selent begriffen wird als Rechtschreibreform, er heißt künftig Bäden-Wurtenburg, besuchen Sie Sechweb, die Landeshauptstadt wird zur Landesheadset, Stuttgart wird zur Städte und liegt am Neckher. Aber wie kann man sich mit eigener Idiotie dermaßen entblöden? Ach, Entschuldigung, der ganze Plan stammt doch von Ihnen. Sie haben doch sich das auch... Ja, das täte ich jetzt auch sagen. Ach, das ist ja unerhört. Dass Sie Ihrem Günther Oettinger mit seinem miserablen Englisch ein solches Denkmal setzen, ist unverzeihlich. Warum haben Sie nicht gleich von dem Oettinger plakatiert, in my homeland Bäden-Wurtenburg, we are all sitting in one boat. Ach, das ist ja... Hätten Sie die 21 Millionen Werbetat dem Oettinger gegeben? Der hätt's hier versteuern müssen und wir hätten wenigstens die Hälfte behalten. Also Herr Kretschmann, Schluss jetzt! Diese ganze elende, blöde Kampagne von Celent habe doch mit der Industrie nicht ich ausgedacht und mir initiiert und dann vorgestellt großartig, sondern Sie, der Lendesväter Kretschmann ganz persönlich. So, jetzt wissen Sie's. Ich hätte das beauftragt. Sie haben groß rausgestellt, ach Celent, das ist es, das passt. Ja, ja, ja. Ach so, das soll ich gesagt haben, das ist ja unglaublich. Sie haben gesagt, der Slogan wäre Selbst-Uronie und selbstbewusst, das passt, das wäre wunderbar. Strobel, also mir das zu unterstehen, das ist ja ungeheuer nicht was... Ja, Sie wortwörtlich haben Sie das... Was, was, was? Strobel, was fällt Ihnen eigentlich ein? Was denn? Mich nicht davon abzuhalten, mit einem solchen Schwachsinn zum Gespött der ganzen Nation zu machen. Celent, das war unverantwortlich von Ihnen. Baden-Württemberg wird also überflutet mit Werbung von Baden-Württemberg für Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist das Unanie, Selbstbefriedigung, Liebe an und für sich, Herr Merz. Ich höre. Ich sage, Sie machen ja auch nicht Werbung nur für sich, nur bei sich allein zu Hause. Warum nicht? Warum sollte ich für mich zu Hause bei mir nicht Werbung für mich machen? Weil dann die anderen draußen mehr Chancen hätten. Was sagen Sie eigentlich zu den anderen Kandidaten der CDU? Ja, das wissen Sie aus Ihrem eigenen Garten. Diese anderen Kandidaten sind hervorragendes Schnittgut, die wir brauchen für eine perfekte Kompostierung der CDU, um da einen Nährboden zu schaffen, auf dem ich blühen kann. Meinen Sie, dass Sie mit solchen Ansichten die Spaltung der CDU, die soziale Spaltung der Gesellschaft überwinden können? Also, die Frage ist, wozu? Bei der Einheit von Deutschland haben wir kurzzeitig überlegt, ob wir nicht zwei verschiedene Deutschlands schaffen bei Österreich. Und Deutschland fragt kein Mensch nach einer Zusammenführung. Bei Ost und West soll eben dauernd die Spaltung überwunden werden. Dabei ist Deutschland überall gespalten, rein lokal und seit Corona auch mental. Nein, das Ziel muss sein, nicht die Spaltung zu überwinden, sondern sie so auszubauen, dass sie als naturgemäß akzeptiert werden kann. Bei Deutschland und bei Jahren ist das seit Jahrzehnten der Fall. Sind Sie denn überhaupt noch attraktiv genug für die CDU, wenn Sie zum Beispiel weiter auf alten Vorschlägen beharren, wie zum Beispiel Ihre Rente mit 70, die Sie favorisiert haben? Davon bin ich vollkommen abgekommen. Wir müssen heute die Rente anpassen an die Lebenserwartung. Die lag 1975 bei 58 Jahren. Die Rente bekam man ab 65. Das heißt, das Ziel und der Sinn der Rente war von Anfang an, dass die meisten sie gar nicht erlebt haben. Wenn wir heute eine Lebenserwartung haben von 82 Jahren, müssen wir das transferieren auf die Zeit von 1975 und dann bleibt nur eine Rente ab 90 übrig. Aber ich schaffe einen Ausgleich für diesen Vorschlag in jeder zweiten Rede von mir. So, und wie? Ja, indem ich dann sage, meine sehr... Nein, zeigen Sie es uns doch. Stehen Sie ruhig auf, Sie können ruhig aufstehen. Bitte. Von mir aus. Ja. Ich sage dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ausgleich für meinen Vorschlag der Rente ab 90 kann nur sein, wie ich es schon vor langem vorgeschlagen habe, was übrigens Christian Lindner jetzt erst vorgeschlagen hat, kann nur sein, dass man für die Altersvorsorge den Aktienmarkt nutzt. Wir sind angewiesen auf eine Eigenverantwortlichkeit, weil für alles und jedes werden heute Staat und Gesellschaft verantwortlich gemacht. Hat man seinen Job verloren, reicht Hartz IV nicht und verdient man zu wenig, dann ist der Mindestlohn nicht hoch genug. Wenn wir aber für die unteren Schichten die Aktien nutzen, dann sind diese Menschen auch für sich selbst verantwortlich, wenn sie sich bei ihrem eigenen Sozialsystem verzockt haben. Ich weiß, wir haben in der letzten Zeit 4,2 Millionen Menschen gehabt, die im Niedriglohnsektor in Vollzeit gearbeitet haben. Die haben selbstredend nicht so viel oder kaum Möglichkeiten vorzusorgen für ihre eigene Altersvorsorge. Aber das ist wirklich nicht mein Problem. Wir müssen eine Gesellschaft werden, der Gewinner und die Anzahl der Beschäftigten in den Instituten, die die Schere permanent ausrechnen zwischen Arm und Reich, wird natürlich bei einer steigenden Zahl von Altersarmen und Vorruhearbeitslosen drastisch ansteigen. Was dann eben als Ausgleich die Beiträge ermöglicht, die in den Sozialkassen eben den Ausgleich schafft. Herr Merz, danke. Das war ein sehr interessanter Einblick. Bleibt noch zu fragen, ob Sie nicht auch für Frauen zu wenig zu bieten haben in der Gesellschaft. Bitte. Unverschämtheit. Ich bin verheiratet. Und das mit einer Frau. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das muss reichen. Gut. Und was bleibt dann in der Summe der Sinn Ihrer Kandidatur? Weil ich die Gesellschaft in eine Relation bringen möchte. Wie? Sehen Sie, ich habe zwei Flugzeuge. Ja. Die muss ich nutzen. Sonst rosten sie. Dafür brauche ich meinen Heimatflughafen im Sauerland. Der muss jetzt umgebaut werden, damit ich fliegen kann. Und jetzt blockieren Naturschützer diesen Umbau, weil eine seltene Schnecke gefährdet sei. Wenn ich aber ohne Umbau nicht fliegen kann, kann ich meine Flugzeuge nicht nutzen. Ich muss sie verschrotten. Und der Rost und die Farbchemikalien verpesten die Erde und bedrohen viel seltenere Schnecken wie an dem Umbau. Wenn ich also mit Umbau diese eine seltene Schnecke nicht rette, rette ich viel mehr Viecher auf dem Schrottplatz. Das ist die Relation. Na, ich denke, die Sehnsucht nach Frau Merkel hat bereits begonnen. Ja gut also, meine sehr verehrten Wähler und Wähler. In Zeiten der Wandlung der neuen deutschen Regierungskonstellation, der Wandlung des Klimas und der Wandlung der Corona-Zusagen von vor den Wahlen spüren wir immer mehr, dass die Lotsin unserer Grünen-Partei von Bord gegangen ist. Dass sie unprätentiös ihre grüne Partei geleitet hat und uns durch ihre hervorragende Politik des Atomausstieges und der Homo-Ehe und der Frauenquote schon vor den Wahlen als Grüne das Gefühl gegeben hat, Volkspartei zu sein. Denn die Ära Merkel hat ihrer grünen Partei einfach eine solche Kraft gegeben. Entschuldigung, Frau Merkel ist immer noch CDU. Sagen Sie's doch gleich. Ja, naja. Müssen Sie mir jeden Traum kaputt machen? Ach komm, also CDU. Puh, man hat eh nicht viel davon gewerbt. Ach. Ja, also Angela hätte mich auch nicht auflaufen lassen wie Sie mit Ihrer idiotischen Schwachsinnskampagne von Celent. Ja. Dass Sie mich da nicht gestoppt haben, das vergesse ich Ihnen niemals. Jetzt fangen Sie wieder damit an. Sie wollten doch mit dieser blöden Kampagne ausländische Fachkräfte anwerden für Baden-Württemberg. Sie verschrecken doch mit dieser Kampagne die letzten Ausländer, die noch das Bedürfnis hatten, hier daherzukommen. Ach, weil Sie merken, Schwäbisch klingt so scheißlich. Also bitte. Jetzt können Sie Schwaben nicht einmal mehr schreiben. Das ist ja nicht zu fassen. Sie, Sie wollen mit dieser Kampagne bewirken, dass Sie eine infame heimtückische Anti-Ausländer-Kampagne ins Leben setzen. Sie verschrecken doch die letzten Ausländer, Sie jagen die letzten, Sie verscheuchen gutwillige ausländische fremde Azubis mit mieser schlechter Comedy. Und noch einmal, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Donnerwetter nochmal. Aber Sie haben es mich tun lassen. Ach ja, ja. Sie haben mich verleitet. Gute ausländische Fachkräfte in die Flucht zu jagen. Sie haben mich verleitet, Ziele zu realisieren von AfD und Pegida. Ha, ha, jetzt dreht er völlig durch, du liebe Zeit. Das war Landesverrat, nicht Landesverrät. Lassen Sie das. Vielleicht bleiben Ihnen ja die Touristen, die da daherkommen, um über Sie sich kaputt zu lachen. Ach, das glauben Sie ja selber, dass da noch ein Engel oder Franzose da daherkommt, wegen Ihrem Selent. Ja, täten Sie nach London reisen, nur weil die Briten in ihrer Stadt schreiben täten für schwäbische Touristen, Welcome to das Cityle, oder nach Paris, weil die unter ihren Ortsschilden für schwäbische Touristen stehen täten, Vuvene e Metropolelelele. Täten Sie nach Italien reisen, nur weil es da begrüßt wird mit Buongiorno in euer Italielelelelelele. Mit Ihrem saublöden Selent machen Sie Baden-Württemberg zum Rohkreppierer. Und Sie machen sich zu einer Dauerblamage, indem Sie dauernd mich für Ihren Mist-Selent zum Vormund machen. Das ist in einer Weise bekifft, dass allmählich klar wird, warum Sie mit Ihren Grünen im Bund Cannabis legalisieren wollen. Ach so? Davon haben Sie mich also auch nicht abgehalten? Das ist das Stichwort Cannabis. Jahrzehnte hat sich auch Karl Lauterbach gewehrt gegen eine Freigabe. Nachdem er jetzt in Corona-Zeiten ja nur wirklich jede Talkshow hausbesetzt hat, gibt es eigentlich bei Maischberger und Lanz und Nillner noch irgendeinen Moderator oder macht das Lauterbach alles alleine? Egal. Jedenfalls setzt er sich jetzt ein für die Legalisierung und ich würde ihn gerne nochmal fragen, wie es zu diesem Sinneswandel gekommen ist. Einen kleinen Moment, Herr Merz, wenn Sie gehen. Herr Lauterbach, Sie sind also jetzt für Cannabis. Warum? Ja, die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen werden immer radikaler und rationaler in Rotterdam und in Wien und in Brüssel. Da kommen wir einfach nicht mehr aus mit dem Totschlag-Argument, dass einer als Corona-Leugner und kann. Aber es ist eine Riesenmöglichkeit, die Menschen ruhigzustellen und glücklich zu machen. Wie bitte? Die Menschen kommen nicht mehr zurecht, dass es nicht nur Impfdurchbrüche gibt, sondern auch Zusagedurchbrüche. Können Sie Beispiele geben? Im November 2020 hat Jens Spahn schon gesagt, wenn zwei Drittel der Deutschen geimpft sind, dann fallen alle Beschränkungen weg. Jetzt sind mehr als zwei Drittel geimpft und die Beschränkungen werden verstärkt. Und? Im Oktober noch sagte die Regierung, eine Impfpflicht wird es nicht geben, jetzt wird sie angedacht. Es wird keinen Lockdown geben, jetzt wird da überlegt. Ja, und diese Widersprüche versteht man am besten mit Cannabis? Nein. Ah. Aber sie machen einem nichts mehr aus. Woher kommt von Ihnen diese sorgende Sensibilität auf einmal fürs Volk? Wir haben durch Corona doppelt so viele Schulden im Haushalt wie vor Corona. Ja. Macron hat im letzten Jahr schon gesprochen vom Krieg mit Corona. Im Ersten Weltkrieg hat Kaiser Wilhelm II für den Bau einer Flotte die Sektsteuer erfunden. Wir brauchen für den Bau einer Flotte, für die Verlegung von Intensivpatienten, eine neue Steuer auf etwas Sektvergleichbares. Sie haben Cannabis schon selbst getestet. Danke, Herr Lauterbach. Dankeschön. Ja, ja. Und vielleicht würde Cannabis auch Olaf Scholz helfen, wenn er unangenehmen Fragen ausweichen möchte oder dem, der sie stellt. Oder die. Ja, meine sehr verehrten Wähler und Wähler, liebe Zuschauer, es ist mir an dieser Stelle ganz wichtig zu betonen, dass wir den Klimawandel durch unsere Lebensweise unbedingt fördern müssen, damit wir unsere Lebensgrundlagen erhalten, wie Heizung, Lebensmittel, Kleidung, Auto und Kommunikation. Nun, das geht im Moment nur mit Kohle und Gas, weil wir bei Sonne und Wind nicht so schnell sein können. Das heißt, damit wir leben können, aber durch den Klimawandel werden wir nicht überleben. Das ist eine gewisse Ausweglosigkeit, die uns antreiben soll. Ich hoffe, das sehen Sie genauso, Frau Bierbock. Ja, aber wir jungen Klimaaktivisten sagen, wir haben maximal noch drei bis vier Jahre und dann kippt das Klima. Ja, das ist mir auch zu Ohren gekommen. Aber ich bitte zu bedenken, dass wir Deutschen maximal noch nicht mal zwei Prozent ausmachen von der Weltbevölkerung. Das heißt, wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir die anderen überzeugen, es uns gleich zu tun. Insofern hat es nicht viel Zweck, mich zu beschimpfen, während China gleichzeitig 200 neue Kohlekraftwerke baut. Dann müssen Sie mal nach China und da protestieren. Gehen Sie doch dahin. Da wird man festgenommen. Und was soll ich dann in China? Da müssen Sie mal die Realität wahrnehmen. Aber die Realität ist, der Klimawandel ist aufzuhalten. Das hat man gesehen an den Corona-Maßnahmen und Flugzeuge, da war der Himmel wieder blau in 14 Tagen. Dann ist die Realität, wir brauchen mehr Corona. Das ist sarkastisch. Nein, das ist lebensnah. Der Wandel der Menschen und der Wandel des Klimas sind nur möglich durch eine Katastrophe. Das haben wir gesehen bei der Wahrnehmung der Bedrohung durch die nukleare Energie. Das funktionierte erst durch eine Katastrophe wie Fukushima. Aber wir Deutschen haben doch alles. Und das hat der Verhaltensforscher Konrad Lorenz schon vor 50 Jahren gesagt. Die Bedrohung durch die nukleare Energie und die nukleare Aufrüstung wird erst wahrgenommen, wenn es zu einer nuklearen Katastrophe kommt, die die Hälfte der Menschheit dahin rafft. Dann wird die andere Hälfte daraus lernen, sich besinnen und die Konsequenz daraus ziehen. Aber diese Vernunft wird maximal 30 Jahre halten. Wenn wir das aufs Klima übertragen? Das heißt, dass wir erst noch auf die Katastrophe warten müssen. Wir müssen uns dem stellen. Wem? Dem Selbstvernichtungswillen der Menschen schlechthin. Ach so. Herr Merz, Klimaleugner, Corona-Leugner, Impfleugner. Es gibt ja immer wieder Ignoranten, die nicht zugänglich sind für Argumente. Warum hat man noch nicht einen Impfstoff entwickelt gegen Ignoranz? Weil Ignoranz einfach zu viele Mutanten entwickelt. Aha. Und das ist auch gut so, weil sonst könnte ich mich nicht zum dritten Mal bewerben als CDU-Chef. Herr Merz, vielen Dank für Ihren Besuch. Bitte sehr. Und die Frage bleibt, wie wir die betreffenden Menschen überzeugen, dass das Impfen vor allem ihr eigenes Leben rettet. Im Grunde wäre es ganz einfach. Die Politik müsste nur endlich die Schwächen der Bürger nutzen. Verstehen Sie? Ich erkläre es Ihnen. Gucken Sie mal, in der Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in Deutschland, vor allem in Preußen, oft große Hungersnöte durch Missernten und Unwetter. Da ließ Friedrich der Große an das Volk die Kartoffel verteilen als Geschenk, weil die einfach resistenter war als Weizen zum Beispiel. Das hatte im Volk überhaupt gar keinen Erfolg. Was die Preußen nicht kannten, aßen sie nicht. Und da erließ Friedrich der Große am 24. März 1756 den sogenannten Kartoffelbefehl, indem er seinen Beamten befahl, den Bürgern die Kartoffel nahezubringen. Und das ging vollkommen in die Hose. Die Preußen waren sozusagen Kartoffelverweigerer, wenn nicht gar Kartoffelleugner. Und da ließ Friedrich der Große auf eigenen königlichen Feldern selbst die Kartoffel anbauen, von Soldaten scharf bewachen und hohe Strafen ausrufen, sollte es jemand wagen, die Kartoffel zu stehlen. So, das reizte jetzt die Bürger. Weil was für den König gut war, konnte für die Bürger nicht schlecht sein. Sie kamen nachts und stahlen die Kartoffel, um sie selbst anzubauen. Die Soldaten waren angewiesen, sich schlafen zu stellen, damit sie die Bürger nicht erwischten und bestrafen mussten. Und so verbreitete sich die Kartoffel rasant in Preußen. Und ich sage Ihnen, wenn diese Bundesregierung mit etwas Grips von Anfang an das Impfen verboten und jede Zuwiderhandlung unter Strafe gestellt hätte, wären 150 Prozent der Deutschen heute geimpft. Guten Abend.